So meine lieben Freunde, kurzes neues Fußball-Hertha-Video, wie immer ihr es auch nennen wollt. Worum geht es? Ja, um den angeblich vorläufigen WM-Kader, wo auch ein Ex-Herthaner bei der deutschen Nationalmannschaft mit dabei sein soll. Und es geht, ich würde es jetzt das letzte Mal machen, es sei denn, es gibt nochmal wirklich was, wo man genauer drauf eingehen sollte. Es geht noch einmal um alle Spieler, die Hertha fix dieses Jahr verlassen haben. Wie machen die sich denn so bei den neuen Klubs? Müssen wir da sehr traurig sein? War das eine schlechte Entscheidung, dass wir die gehen lassen haben zu den Konditionen, die uns jetzt gerade in der Situation weiterhelfen? Oder kann man sagen, so viel falsch hat Bobic Stand jetzt mehr als die Hälfte der ersten Saisonhälfte gespielt, nicht falsch gemacht? Ja, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Morgen gibt es dann wieder ein ausführliches Video. Meine Wunschaufstellung, die Aufstellung des Gegners, Gegneranalyse, Spieltag-Tipps für den 12. Spieltag, den wir eröffnen in Bremen um 20.30 Uhr am Freitag. Und morgen gibt es auch nochmal einen ganz interessanten Talk mit Nico und Kesti ab 21 Uhr auf Twitch über Hertha Schalke, über Hertha Bremen und die ganze Bundesliga. Seid gerne mit dabei und danach machen wir noch ein paar Reactions. Aber lasst uns beginnen mit dem Thema, was ich ja schon angeteasert habe, nämlich den angeblich vorläufigen WM-Kader. Wie die BILD berichtet, gibt es in dem Kader, wo man wohl bis zu 55 Spieler berufen darf, beziehungsweise eintragen darf, die dann halt im erweiterten Kreis sind für den tatsächlichen Kader, den man berufen will, der eben nur 26 Mann beträgt, sind wohl einige Überraschungen mit dabei, die Deutschland gemeldet hat. Offiziell ist es allerdings nicht gemacht worden, weil dieser Kader von Deutschland nicht offiziell bekannt gegeben wird mit diesem insgesamt erweiterten Kreis. Es sind also nur Mutmaßungen bis zum 10. November, wo Hansi Flick dann den endgültigen Kader festlegen will. Der Trainer von der Oranje zum Beispiel von den Niederlanden hat eben bekannt gegeben, wer in diesem Aufgebot ist. Ich glaube, bei denen sind es 39, ich werde jetzt aber nichts Falsches sagen, die in diesem erweiterten Kreis sind, die dann eben auch berufen werden können als Überraschung bei uns. Auf jeden Fall, krass, also ich meine gut, ob wir die jetzt mögen oder nicht, aber verdient haben sie sich's. Rani Khedira, der Bruder von Sami Khedira mit dabei, hätte damals, als ich den bei Stuttgart und auch bei Augsburg gesehen habe, niemals gedacht. Ich dachte so, ja, guter Zweitliga, schlechter Bundesligaspieler. Jetzt ist er laut Bild zumindest immer weiter im Kreis, auch in diesem Kreis. Robin Knoche, also es ist wirklich unglaublich. Yusufa Moukoku auch mit dabei, Götze mit dabei, Füllkrug mit dabei für alle Werder-Fans. Die können sich also weiter Hoffnung machen, wenn sie denn der Bild Glauben schenken wollen. Und es soll Luca Netz dabei sein, was ich ein bisschen sehr überraschend finde. Luca Netz, der letztes Jahr für zwei Millionen von Hertha nach Gladbach gewechselt hat, weil er da mehr Perspektive auf Spielzeit gesehen hat. Genau. Zwei Millionen hat er damals gekostet, war natürlich für uns ein herber Verlust, so ein riesiges Talent zu verlieren. Er ist immer noch 19 Jahre jung, durchgesetzt hat er sich natürlich nicht gegen Benzibaini, wie auch Benzibaini, einer der besten Linksverteidiger der Liga für mich. Diese Saison hat er sechs Pflichtspiele bestritten, ein Tor dabei erzielt, und zwar im DFB-Puker. Ich glaube, gegen Holstein Kiel war es. Insgesamt über die anderthalb Jahre jetzt für Gladbach 32 Spiele bestritten. Ein Tor und fünf Vorlagen erzielt in der Bundesliga. Da insgesamt 39 Spiele, ein Tor, vier Vorlagen. Das einzige Bundesliga-Tor hat er tatsächlich immer noch für Hertha geschossen, damals gegen den VfB Stuttgart beim 1-1, wer sich noch erinnert. Er hat auch für die deutsche U21 mittlerweile fünf Spiele absolviert, für die U17 und U19 ja sowieso aktiv gewesen. Äh, für die U17, U19, war das U19? U17 und U19 sowieso aktiv gewesen. Und ja, jetzt wird er wohl für den erweiterten Kreis in Frage kommen, was natürlich auch aus Mangel an Alternativen ist. Wir haben nicht viele gute Linksverteidiger in Deutschland, deswegen meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr schmerzhafter Transfer. Hätten wir damals für das Geld nicht abgeben dürfen. Ich weiß, er wollte gehen, aber da hätten wir uns vielleicht mal für so einen Spieler mehr aus dem Fenster lehnen müssen. Aber am Ende sind wir auch nicht dabei und wissen nicht, was da passiert ist. Aber es war klar, dass er irgendwann einen erweiterten Kreis für die Nationalmannschaft kommt, meiner Meinung nach, weil er einfach ein super Linksverteidiger ist, mit sehr, sehr viel Potenzial, mit sehr viel Druck nach vorne in der Offensive, sehr, sehr offensiv bereit. Er teilweise das Verteidigen fällt ihm dann noch ein bisschen schwieriger. Und es war klar, dass er irgendwann in den Kreis kommt. So viele gute Linksverteidiger haben wir einfach mal de facto nicht. Das ist jetzt schon der Fall. Obwohl er diese Saison eigentlich nicht so richtig einen Stich sieht gegen Ben Sebahini. Wundert mich dann aber schon. Mal gucken, wie viel an diesem vorläufigen 44-köpfigen Kader dann wirklich dran ist. Im Endeffekt müssen davon ja dann, wenn er stimmen sollte, was ja nicht offiziell bestätigt ist, immer noch 18 Spieler weichen. Denn nur 26 können mitfahren. Am 10. November sind wir da zu schlauer. Hier auch nochmal der Hinweis. Ich werde wahrscheinlich dieses Wochenende mein Video auf dem Drittkanal ausführlich machen. Dazu werde ich zur WM berichten. In welchem Umfang werde ich es nicht machen? Werde ich boykottieren? Alles abgewogen. Meine Meinung dazu. Und wie es dann während der WM mit den Kanälen sowohl Twitch und YouTube weitergeht, kommt dann, ich denke mal, am Sonntag auf meinem Drittkanal ein ausführliches Video. Das muss ich aber erstmal noch machen und schneiden. Und mir ein kleines Skript dafür schreiben, was ich denn überhaupt alles sagen will, damit ich da auch nichts vergesse. Darauf könnt ihr euch aber schon mal freuen. So, jetzt kommen wir zu den Spielern. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, so wie wir auch immer die Leihspieler betrachten. Was ja natürlich auch essentiell ist, jeden Monat um zu gucken, naja, werden die vielleicht zurückkehren? Freuen wir uns darüber, dass sie zurückkehren? Bei Schwolo wahrscheinlich eher nicht, aber der wird bestimmt zurückkehren oder nicht. Aber es gibt ja auch Spieler, die wir fix abgegeben haben, wo man manchmal schon gesagt hat, ja klar, wir brauchen Geld, aber hätte man den jetzt wirklich abgeben müssen? Und da will ich einfach mal schauen, in unserer derzeitigen Situation, müssen wir da jetzt traurig sein? Wir können jetzt dann das Thema auch irgendwann mal abschließen und brauchen nicht immer wieder über die sprechen. Aber ich würde es jetzt, ja, nach schon der halben Hälfte, der halben Hälfte der Saison, Doppelhaushälfte so ungefähr, würde ich gerne noch mal über die Spieler sprechen, die wir fix abgegeben haben und dann das Thema auch erstmal zu den Akten legen. Ja, Dredik Boyata, unser langjähriger Kapitän, dann doch ein bisschen überraschend, am Anfang sogar am DFB-Pokal noch in der Innenverteidigung, natürlich sehr schlecht gespielt, aber er hat gespielt. Und dann auf einmal wurde er abrasiert, nicht mehr gespielt. Vorher wurde ihm schon die Kapitänsbinde weggenommen und dann am Ende haben wir ihn in seine belgische Heimat zum Club Brügge verkauft für zwei Millionen. Er hatte noch Vertrag bis 2024, aber in den Jahren, wo er bei uns war, auch wirklich nur, obwohl er Kapitän und Stammspieler war, nur knapp über 60 Prozent der Spieler absolviert, einfach aufgrund der vielen Verletzungen. Und auch bei Brügge ist er kein unumstrittener Stammspieler, sodass er sowohl durch Verletzungen ausgebremst, aber spielt halt auch nicht die ganze Zeit. Hat jetzt in der Liga sechs Spiele gemacht, kein Tor dabei erzielt, in der Champions League ein Spiel gemacht. Der FC Brügge hat sich ja überraschenderweise schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Glückwunsch dazu. Können wir auch sagen, Boyata hat alles richtig gemacht, aber so wirklich spielen tut er ja da auch nicht. Also wenn man das jetzt so sieht, auch verletzungsanfällig weiterhin und auch kein Stammspieler da, auch wenn Brügge natürlich eine Top-Mannschaft in Belgien ist. Aber ich weine dem nicht hinterher. Auch wenn der Marktwert geschätzt damals 3,5 war und die ihn quasi unter Marktwert abgegeben haben, da gab es ja ein kolportiertes Gehalt von rund 3 Millionen im Jahr. Also das war ja bei aller Liebe nicht wert. Und jetzt haben wir ja auch wieder einen Kopfballstarken mit Rochel, der zwar eine Spieleröffnung zu wünschen übrig lässt, aber ganz ehrlich, die hatte Boyata auch nicht. Der hatte zwar mal mit die beste Passquote, das aber auch nur, weil er nur drei Meter Querpässe gespielt hat und nie eine Spieleröffnung betrieben hat. Also ich sehe da auf jeden Fall keinen Nachteil. Wir haben 2 Millionen bekommen, haben ein Megagehalt eingespart, haben 9 geholt mit Rochel, der jünger ist, der wahrscheinlich weniger verletzungsanfällig ist und der Stand jetzt zumindest genauso kopfballstark ist wie Boyata. Also von daher für mich, da Stand jetzt alles richtig gemacht. Marcel Lotka, den weine ich persönlich ja immer noch ein bisschen hinterher, weil selbst wenn Olli jetzt Stammspieler ist und der festgesetzt worden wäre, wäre es natürlich geil gewesen mit Marcel Lotka, so einen geilen Zweikampf zwischen den beiden, die sich auch super verstehen gehabt zu haben. Wäre toll gewesen. Oh, wir haben mich gerade wieder ein bisschen versprochen, sehr wenig geschlafen. Wäre einfach cool gewesen. Es war so ein junger Keeper, die sich verstehen, gegenseitig motivieren. War eben eine blöde Situation, brauchen wir jetzt nicht nochmal alles aufrollen, haben ihn ablösefrei abgegeben, weil er schon bevor er bei uns die Chance hatte, in der Bundesliga zu zeigen, was für ein geiler Keeper er mit seinen 21 Jahren sein kann, hatte er schon einen Vertrag bei Dortmund 2 unterschrieben, Marktwert 1,3 Millionen, ablösefrei dorthin gewechselt. Schade eigentlich, dass die Dortmunder ihm nicht so richtig das Vertrauen geschenkt haben, weil sie haben ja dann noch einen Keeper geholt aus der zweiten Liga von Regensburg, Meier und Kobel war auch direkt mal verletzt, sodass Meier auch zu seinen ersten Bundesliga und Champions League Spielen kam, sodass auch Lotka teilweise schon mal mit im Kader der ersten Mannschaft war, aber ansonsten doch eher Keeper in der zweiten Mannschaft, zumindest in Liga 3, was ja schon mal besser ist, als wenn er bei Hertha in der zweiten Mannschaft gespielt hätte, was er aber wahrscheinlich nicht hätte müssen. Sechs Spiele in der dritten Liga, drei Gegentore, viermal zu null, jetzt am Wochenende auch gerade in Meppen 2-0 gewonnen, hat auch einen soliden Kicker-Notenschnitt von 2,83 in seinen sechs Spielen und denke, kann sich da mit 21 Jahren gute Spielpraxis in der Liga mit einem recht hohen Niveau und vor allem eben auch schon im Profibereich da weiterholen und wünsche ihm natürlich, dass er dann immer näher ranrückt und irgendwann vielleicht mal die Nummer 2 hinter Kobel sein kann. Also das schmerzt immer noch, aber wie gesagt, haben wir schon oft genug drüber gesprochen, ungünstige Situation. Nils Körber, auch langjähriges Hertha-Talent, mittlerweile 25, hat uns ja auch ablösefrei für 300.000 verlassen, der sollte ja wohl noch ein altes Michael-P-Gehalt gehabt haben, also auch recht viel verdient haben für einen Ergänzungskeeper, ist zu Rostock gewechselt, hat dort allerdings bisher nur ein Spiel gemacht, nämlich im DFB-Pokal über 90 Minuten. Ansonsten ist ja ganz klar die Nummer 2 bei den Rostockern. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß nachtrauen müssen. Wir haben ja auch mit Jack Ernst einen super Nachwuchskeeper geholt und auch noch unseren Robert Quasigroch in der zweiten Mannschaft spielt auch noch einen Schuck. Also gerade unter dem Hintergrund, dass er wahrscheinlich ein Gehalt hatte, also so ungefähr, was Quasigroch und T-Jack Ernst nicht mal zusammen verdienen, traue ich diesem Transfer nicht sehr nach. Niklas Stark, 27, nach Bremen ablösefrei gewechselt, Marktwert 4,5 Millionen, sehr, sehr lange bei Hertha gewesen, hatte einen ganz, ganz schwierigen Start bei Werder, in der Vorbereitung oft gespielt, viele Fehler gemacht, sodass er dann nicht zur ersten Garde gehörte, von der Dreier-Innenverteidigung, mit der Bremen ja immer agiert und immer von der Bank zuschauen musste, hat jetzt aber mittlerweile sich schon mit reingespielt, teilweise hatte er sogar den Vorzug vor anderen Innenverteidigern wie Pieper erhalten. Insgesamt jetzt sieben Pflichtspiele, wettbewerbsübergreifend, Kicker-Notenschnitt über vier Spiele, weil er eben zweimal eingewechselt wurde, wo die Zeit zu kurz war. 3,0 Grundsolide hat auch, wie Nikos zumindest sagt, und wie ich es gesehen habe, bei Bremen solide Spiele abgeliefert. War jetzt, glaube ich, verletzt gegen Freiburg, wird wahrscheinlich gegen uns wieder spielen, jetzt gegen seinen jahrelangen Ex-Klub, weil eben auch Friedl verletzt ist. Mal gucken, wie der sich da noch etabliert. Ja, wir haben jetzt unsere neue Abwehr gefunden, richtig nachtraut. Natürlich will ich ihm nicht, will auch gar nicht wissen, was er bei uns verdient hat. Andersrum, wenn Bremen als Aufsteiger ihn sich leisten kann, hätte man ihn auch halten können. Ich glaube jetzt nicht, dass er zum Beispiel viel schlechter wäre als Marc-Oliver Kempf, wobei der natürlich auch Linker-Innenverteidiger ist. Ob das jetzt so essentiell ist, sei mal dahingestellt. Aber gut, so richtig nachgetraut habe ich ihm auch nicht, weil er war immer solide, er war nicht unser schlechterer Innenverteidiger, man konnte sich auf ihn verlassen, aber so eine Übermacht in der Innenverteidigung war er jetzt auch nicht. Lukas Klünter, also dem traue ich natürlich überhaupt nicht nach. War auch klar, dass er nach seiner Zeit bei uns, bei Hertha BSC, es nicht nochmal zu einem Profiklub schaffen würde, wobei typisch wäre gewesen, wenn er zu so einem Klub wie Union geht und da auf einmal rasiert. Ja, 1,2 Millionen Marktwert, wir haben den 26-Jährigen im Sommer ablösefrei abgegeben an Arminia Bielefeld, die aus der Bundesliga abgestiegen sind und jetzt darum kämpfen, nicht gleich wieder durchgereicht zu werden in die dritte Liga. Sechs Partien hat er bisher gemacht, wettbewerbsübergreifend ist es nicht, weil er im DFB-Pokal nicht gespielt hat, kein Tor, keine Vorlage. Ja, auch da brauchen wir nicht nachtrauern, haben mit Jonjo Kenny da einen Supermann. Arne Meyer, da könnte man jetzt überlegen, ja, Riesentalent, war das nicht ärgerlich, dass wir den jetzt abgegeben haben? Da ist der Transfer ja eigentlich schon im vorigen Jahr passiert, weil man ihn mit Kaufoption beziehungsweise Kaufflicht verliehen hatte nach Augsburg, wo er gut performt hat. Der ist ja immer noch erst 23 Jahre jung, muss man bedenken. 5,5 Millionen Marktwert, 5 Millionen haben wir für ihn bekommen und gerade das, was ich zumindest empfinde und sage, wir haben im zentralen Mittelfeld zu wenig Konkurrenzsituationen für die dort Spielenden, unter anderem eben auch für den Serdar, der für mich mit seinen drei Toren natürlich schon einiges gezeigt hat, aber im Durchschnitt mir einfach zu wenig davon kommt und er auch zu wenig Konkurrenz einfach hat. Jetzt kommt Djanga wenigstens wieder zurück, aber wir haben im zentralen Mittelfeld zu wenig Alternativen. Allerdings brauchen wir dort ja auch eher offensive Alternativen, also den Mann, der die kreativen Momente hat, den Mann, der den letzten Schnittstellenpass spielt, den Mann, der für vielleicht zweistellige Assists mal in der Saison sorgt und das ist ja nun Arnemaier auch nicht, auch wenn er bei Augsburg ganz gut angekommen ist diese Saison mal wieder. Etliches an Verletzungen, hat jetzt neun Spiele, null Tore, eine Vorlage, 492 Minuten gespielt, also da wäre deutlich mehr gegangen, aber war eben öfter mal auch wieder von Verletzungen geprägt. Ich sage, klar, ärgerlich, der hatte mal einen Marktwert, über 20 Millionen, ob man den jemals für ihn hätte erzielt, ist eine andere Frage. Trotzdem trauer ich ihm nicht nach, wenn wir für ihn 5 Millionen bekommen und dafür einen Boetius Ablöse frei holen. Ja, trotzdem weiterhin viel Glück. Was ich ja immer so ein bisschen kritisch gesehen habe bei Kellenkamp, da hieß es ja immer im ersten Jahr, er muss sich nicht durchsetzen, dann hat er viel auf dem Flügel gespielt, so richtig performt hat er nie, hat sich auch bei keinem Trainer wirklich durchgesetzt, aber das ist schon ein Spieler, wo ich jetzt sagen würde, in der jetzigen Situation, das wäre einer, der Serdar gerade auf der Achterposition mal Konkurrenz macht und ein bisschen Dampf macht, Konkurrenzkampf anfeuert, weil er ist ein fantastischer Fußballer, 22 Jahre jung, wir haben ihn für 5 Millionen nach Belgien an Royal Antwerpen abgegeben, damals noch ein geschätzter Marktwert von 3,5 Millionen, der wurde jetzt erhöht auf 5,5 Millionen, natürlich auch durch den Transfer, da muss man den ja dann auch anpassen, wir hatten ihn für 3 Millionen geholt, also haben gut Plus gemacht. Schade, aber ich glaube, wir waren einfach aufs Geld angewiesen, weil wir zu wenig Erträge erzielt haben, wir mussten ja einen Überschuss erzielen aus der Transferphase und sind eben viele Spiele einfach nicht losgeworden, die wir am Ende nur verliehen haben und deswegen mussten wir ihn wahrscheinlich abgeben, wobei ich es wie gesagt schade finde, weil ich finde, wir sollten jetzt unbedingt uns nach dem Achter einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der eben Assist geben kann, umsehen und er hat jetzt für Royal Antwerpen 13 Pflichtspiele bestritten, ein Tor und 5 Vorlagen, wobei die letzten Spiele da auch keinen Scorer-Punkt mehr dazu kamen, jetzt am Wochenende Royal Antwerpen wieder verloren, trotzdem noch Zweiter in der Belgischen Liga nach Genk, nicht Genk, was soll man sagen, also ich finde es ein bisschen schade, aber bei der Summe musste man es wahrscheinlich machen. Ishak Belfodil, auch schade, dass wir den abgegeben haben, halte ich tatsächlich auch, wenn er schon 30 ist, natürlich auch für einen besseren Stürmer als Konga, vielleicht wird Konga noch krass, aber alleine seine Technik fand ich immer ganz toll, gerade in Kombination mit einer hängenden oder zweiten Spitze zusammen, aber er hatte halt ein wahnsinniges Guide von 4 Millionen und wollte eben auch nochmal ordentlich abkassieren und ist deswegen nach Katar zu Algarafa gewechselt, der 30-Jährige, ablösefrei, hatte ja nur Vertrag bis 2022 bei uns, hat wettbewerbsübergreifend in Katar sieben Spiele, vier Tore, eine Vorlage, schade, aber ganz ehrlich, vier Millionen im Jahr können wir uns nicht leisten, keine Ahnung, vielleicht verdient er da sogar noch mehr, beziehungsweise gibt es ja da häufig auch Steuererleichterungen, sodass das Bruttogehalt schnell mal zum Netto wird und da können wir sowieso dann nicht mithalten. Jordan, ja auch Jordan, schon ab Winter ausgeliehen, ist ja dann zu seiner Laie quasi gewechselt, auch wenn die keine Kaufoptionen hatten, 25 Jahre alt, Marktwert 5 Millionen, leider für 3,5 Millionen jetzt abgegeben, auch der hatte mal einen deutlich höheren Marktwert, bei uns schwierige Zeiten, selten wirklich durchgespielt, häufig auch verletzt, auch wenn da eigentlich für mich das Potenzial zum absoluten Stammspieler da gewesen wäre, ich sage immer noch schlechter als Kempf, finde ich ihn auf jeden Fall nicht und hätte ihn dann dort lieber gesehen, aber klar war bei uns viel verletzt, Frage ist jetzt, warum ist er jetzt bei Gent die ganze Zeit nicht verletzt, sowohl in der Halbserie als auch jetzt wieder absoluter Stammspieler, dadurch, dass Gent ja auch in der Europa League Quali gespielt hat, jetzt in der Conference League, hat er auch schon 18 Pflichtspiele zu diesem Zeitpunkt gemacht, zwei Tore dabei erzielt und eine Vorlage, also dort völlig unumstritten, auch wenn Gent bisher nicht die Megasaison spielt, 3,5 Millionen haben wir für ihn bekommen, gut, hat er auch nur noch ein Jahr Vertrag, ist dann wahrscheinlich vertretbar die Summe, vor allem unter der Prämisse, dass er die letzten Jahre nie wirklich Stammspieler mehr war, trotzdem, dem traue ich immer noch ein bisschen hinterher, deswegen will ich es nicht zu weit vertiefen. Ja, auch ein Schaft-Dilbruson kam damals zu uns und eigentlich ein fantastischer Spieler, trotzdem auf Dauer dann nach seinen Verletzungsphasen nie wirklich durchgängig Leistung gezeigt, ähnlich wie ein Dodi-Lukebakio, vielleicht hätte es jetzt auch unter Sandro Schwarz geklappt, ich weiß es nicht, vielleicht wäre er jetzt unter Sandro Schwarz konstant geworden, ist ja dann für 4 Millionen im Sommer zur Ferien Nordrotterdam gewechselt, wo ja auch Björkern und Schimanski spielen, 6 Millionen soll sein Marktwert betragen, er hatte noch Vertrag bis 2024, ist da auch Stammspieler, hat wettbewerbsübergreifend 15 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen, lässt sich sehen, Ferien Nordrotterdam, am Wochenende hat er wieder für sie getroffen, 1-1 haben sie gespielt, sind in der Ehredevise in den Niederlanden, Dritter, er spielt dort in seiner Heimat, vielleicht kann er da auch besser aufspielen, ist natürlich auch eine schwächere Liga als die Bundesliga, trotzdem spielt er international, kann bei einem Topklub in der Ehredevise Stammspielen und hat seine 7 Scorer-Punkte in 15 Spielen gesammelt, schade, wir haben jetzt eine Juke, aber irgendwie trotzdem schade, dass man ihn für 4 Millionen am Ende abgegeben hat, auch wenn er damals zu uns natürlich sogar ablösefrei kam, tut es irgendwie immer noch ein bisschen weh, muss ich sagen, weil ich mochte ihn, aber er hat halt auch nicht bestätigt, dass man ihn halten muss, wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, aber wie gesagt, Luke Bakio hat es auch nicht bestätigt und trotzdem ist er jetzt eigentlich unser Spieler, der, wo man sagt, er ist jetzt der Unterschiedsspieler, allerdings hat er ja auch Luke Bakio schon vorher, auch wenn er nicht immer gut gespielt hat, immer schon super Stats bei uns, das muss man natürlich auch dazu sagen. Eduard Löwen haben wir auch fix abgegeben, wurde bei uns ja auch nie wirklich glücklich, absolut Minusgeschäft, 7 Millionen haben wir damals für ihn bezahlt, Marktwert lag noch bei rund 2 Millionen, wir sind ihn noch los geworden, in die USA für 1 Million ist er gewechselt zu St. Louis City, die aber immer noch nicht den richtigen Spielbetrieb aufgenommen haben, ich glaube, das wird dann nach der WM losgehen, von daher kann man dazu auch nichts sagen, aber auch den, auch wenn wir für meine Begriffe in zentralen Mittelfeldspieler suchen, vermissen wir nicht, weil wenn wir uns letzte Saison diese Bochumer angeguckt haben, die absolut überperformt haben und eine super erste Bundesligasaison nach dem Aufstieg gespielt haben, wenn er da gespielt hat, war er für mich immer einer der Schwächsten, auf jeden Fall hat er nicht zu den absoluten Liedern gehört bei Bochum und deswegen glaube ich auch nicht, auch nicht unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz, dass er uns da groß weitergeholfen hätte. Also zu den Akten gelegt, das Thema, ja gibt eigentlich keinen, wo ich jetzt sage, Mann hätten wir dem bloß nicht abgegeben, hätte nicht passieren dürfen, klar, Jordan tut weh, Kellenkamp tut weh, aber wie gesagt, wir mussten Geld erzielen, es gab eine gewisse Situation, wir wissen auch nicht, ob die Spieler am Ende weg wollen, aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, für das, was wir eingenommen haben, für die Spieler, für das, was wir an Gehalt gespart haben, haben wir jetzt auf jeden Fall nicht die Situation, dass wir sagen, boah, der fehlt uns extrem, so wie es zum Beispiel in der letzten Saison mit Kunja war, wo wir ja auch aufs Geld angewiesen waren, wo man aber immer gesagt hat, hätte man den nicht vielleicht doch halten sollen, dann wäre diese Saison vielleicht ganz anders verlaufen. Also von daher kann man an der Stelle zumindest zu diesem Zeitpunkt Bobic auch mal ein Stück weit, wie Korkut sagen würde, loben aus meiner Sicht, könnt ihr mir ja mal eure Meinung schreiben, wen vermisst ihr, vermisst ihr gar keinen, findet ihr gut, dass die alle weg sind, ja, Lotka tut auch ein bisschen weh, aber wie gesagt, das war halt ungünstige Umstände, gerne eure Meinung in die Kommentare für meine Verhältnisse nach heute, 21 Minuten, ein relativ kurzes Video, morgen gibt es dann wieder ein längeres Video, macht es gut, auf meinem Zweitkanal gibt es ja auch noch ein neues Video und wir sehen uns morgen auf Twitch, bis dann, Edelmänner und Edeldam und hau he!